jeweils die vier spiele sind die die ich am aktivsten spiele als andere so zwischendurch mal ganz lustig genau aber ich würde eigentlich nur auf dem baum gucken ob ich alles habe für die flügel natürlich flügel kraften das möchte ich jetzt eigentlich noch machen da hinten muss ich schön dann würde ich eigentlich anfangen mit dem horror game endlich oder so studie aus keine ahnung entweder sprich dann nach hogwarts legacy weiter oder ich gehe auf dem horror game der entscheidung so heißt luft aufrufen ich muss mal wieder was trinken und schon lange nicht mehr getrunken hilfe und hunger habe ich auch mittlerweile ja sonst ja ich werde relativ sehr entspannt ich will jetzt andere spiele spielen wie league of legends werde ich dann nicht so entspannt wie jetzt wieder würde es ein bisschen anders abgehen aber das spiele spiele ich nicht mehr lieber entspannt sein als hysterisch auszurasten bis zum geht nicht mehr das brauche ich nicht Hogwarts alles kleine spiele ich dann noch Hogwarts dann hat sich das geklärt ähm zwei stunden oder so insektenflügel ne aber wie gesagt das mal jetzt noch fertig und dann wechsel ich so kann ich die dann hier am steinmetztisch craften am steinschneider ist das die hier nene chitin ne ich muss die wirklich natürlich war jetzt ist er auch nö als ob nur diese mir ach ich habe den hammer nicht mehr drin muss ich das alles einmal wieder wechseln das nervt ja habe ich nie nachmachen reingepackt hier nicht ich glaube ich da zurück ging oder was war ich vergessen aber sich mit dem was schittin brauche ich habe ich insektenflügel habe ich was brauchte ich denn noch weißt du denn noch was ich noch brauchte wahrscheinlich weniger gerade noch so viele warte mal wir werden mal ganz kurz ein bisschen was aufräumen das geht da rein die sind schön die sind schön aus ich will nicht noch mal zurückfliegen um zu sehen was ich jetzt brauchte was ist glaube der warum ist eigentlich gelb besonders zu tun haben aber das machen wir ja nicht mehr heute da wären wir denn hier ist noch ein boss ne ok da ist noch einer und hinten ist halt an das ist der dinge genau das ist der boss aber dafür muss ich erstmal wieder nur noch eine neue ausrüstung kraften weil ich denke nicht dass die ausrüstung reicht was muss ich selber jetzt gucken ach so hier ja gut das interessiert mich ja nicht dann weg 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 ich glaube da war ganz kurz land lügel war es mal falsch schreiben schwarzer nütze rückt den safir flügel raus ich gucke mal ganz kurz ein anderes video er hat so viel gebaut ich habe noch gar nichts gebaut bisher ja ich muss mir jetzt ein anderes video angucken komm guck dir bitte die herrschung an ja hier ist er jo was brauche ich denn da für alles ok saff hier flügel ach der hatte die nein der hatte das noch nicht also das heißt ich muss zurückfliegen na was vor drei ja 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 Amen. Ja, ja, okay, scheiße, nein, ja, danke für den Hinweis, ich, ja, ich habe auf der Mute-Taste, was ist das hier groß, ich habe da, wo ich auch immer zurückgehe, meine Mute-Taste, nein, wo war das jetzt, da war er noch so, kannst du bitte, Nein, der hat es gecraftet bekommen, hat es nicht mehr selber gecraftet, das ist doch für ein YouTube-Video super dumm, sorry. Ach, der hat schon durch, ähm, ah, so, alles klar, vor sieben Tagen, das sollte am aktuellsten sein, vom Patch her, was gab ja im Patch, da muss man die Flügel jetzt selber craften. Ja, warte mal, ich setze ja schon her, oder? Ja, es geht ja da zu dem, es geht sofort weiter. Okay, bringt nichts, okay, das bringt mir gar nichts, ich muss zurückfliegen, alles klar. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Aber ich kann ja zurückfliegen, ich kann einfach von da aus den Maschinen-Bag-Kleinen-Bag-Aus nutzen und dann passt das. Das tue ich eigentlich nicht, aber, ja. Ich hätte mir davon, ich hätte mich einfach aufschreiben sollen, ich bin so ein Pleppo, ohne Witz. Ach, es gibt ja schon wieder, bäh. Und dann, Kevin lebt noch, das finde ich super. Oh Gott. So, Nuck, ich komme jetzt nochmal zu dir, weil ich vergessen habe, wie das Rezept, oder was ich für das Rezept alles brauche. Was ein Scheiß, Mann. So, da unten sollte er wohnen. Und so müsste noch einer, nee, den Kiel müssen wir noch besorgen, den wir dann zurückgeben. Und dann ist das Spiel auch schon vorbei, ne? Vorerst. Also, so lange, oder so viele von kommen gar nicht mehr von Smallland. Also, doch schon, so um die 20 locker. Aber, ich gehe von einem baldigen Ende aus. So, äh, ich wollte etwas herstellen. Die Flügel will ich herstellen. Holzkohle, Eisenbahnen. Ah, Holzkohle und drei Eisenbahnen. Jetzt bekomme ich das auch als... Ach, du würdest mich doch verarschen. Ich hasse ihn. Ich hasse es. Ich hasse alles. Mann, jetzt bekomme ich das auch so. Ach, oh, oh, boy. Oh, wir enden. Jetzt nutzt man einen kleinen Bug, der es eigentlich gar nicht geben sollte. Start. So. Ach, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Was ist denn hier drin, ne? Doch, jetzt hier. Oh, mein Gott. Du willst mich doch veräbeln, oder? Aber nur die Flügel sind hier. Das heißt, ich brauche einen Eisenbahnen. Drei Holzkohle. Einen Eisenbahnen und drei Holzkohle. Wo waren die Schrauben da? Eine Eisenbahn und drei Dings. Sollte jetzt nicht so schwer werden. Und... Hallo, darf ich bitte hier durch? Danke. Und Holz brauche ich für die Holzkohle. Hallo, Menschenskinder. Mal gucken, vielleicht können wir mit dem Flügel ja auch besser gleiten. Äh, da ist mein Ofen. Zwei, drei, eins, zwei. Was brauchen wir denn hier für? Fünf Eisensplitter brauchen wir. Fünf Eisensplitter. Fünf, 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 fünf. Wo waren die? Die haben wir da hinten reingepackt. Hier in die große Kiste, ne? Yo. Dann zurück. Wir haben unsere Eisenbahnen. Ein Wahrsager-Teich, bitte was? Ein Langpfeil. Oh, sehr schön. Holzknüppel ist nicht das, was ich machen will. Ich wollte... Mir fehlt eine Holzkohle. Willst du mich doch... Steinschneider. Ein Steinschneider? Ach, ein Bogen. Okay, nice. So, dann bitte hierhin. Und den hier craften. Und dann wollen wir die neuen Flügel mal equippen. Zack. Ja, okay. Die sehen schon geil aus, ne? Die Flügel sehen schon awesome aus. Die haben was. Jetzt brauchen wir nur noch die Ausrüstung. Von allem. Guck mal, die alten Flügel, die machen wir jetzt da hinten rein. Ja, Entschuldigung, aber du wartest bitte hier. Du hast... Ich hab keinen Nerv. So, und wo könnte man jetzt die Ausrüstung craften? Kann man die hier craften? Das ist nicht die Ausrüstung, die ich haben möchte. Oder? Doch, das ist die. Aber wie soll die 6? Die hat sie doch von 7 und so. Ja, ach, das ist die. Okay. Gut. Hier. Grashüpfer, Gecko, Wolfsspinnendeckereien. Grashüpfer, Bein. Spinnenauge, Insektenflügel. Das kann man auch machen. Das ist ja auch gar nicht so schwer. Ja, okay, ne, wenn's die ist, dann, ja, dann würde ich sagen, da setze ich mich im nächsten Teil dann ran. Nicht mehr heute. Ich hab die Flügel, die haben zwei Bosse getötet. Ich bin heavy. Mein Dings guckt dann raus, ich will hier hin. Oder, warte mal. So. Hallo. So. So, na ja, der YouTube, dann haben wir heute doch reichlich geschafft. Wir haben die Spinne getötet, den Boss getötet, die Albino-Spinne und die Hornisse heute schon getötet. Zweimal sogar schon. Da sind wir doch schon relativ weit gekommen. Und wir haben jetzt auch schon mit Eisen angefangen. Wir wissen, wo es den Schlüssel gibt, damit wir das Spiel auch vielleicht beenden können. So viele von dem Fernsehen anscheinend gar nicht mehr kommen. Ich geh mal von 20 aus. Es sind schon einige, aber für mich ist nicht mehr so viel, weil ich ja eher so zwischendurch spiele. Wenn man's... Genau. Wir haben die neue Rüstung. Eine alte Rüstung mittlerweile schon wieder. Die neue können wir auch schon bald wieder craften. Da setzen wir uns aber am nächsten Stream ran, falls du dabei sein möchtest. 19 Uhr, Donnerstag, Freitag und Samstag bin ich momentan live. Nur noch nächste Woche. Und ab übernichts Woche geht's normal weiter mit meinem normalen Streaming-Plan, den ich immer hatte. Genau. Auf Twitch, by the way. Und falls euch da meine Videos gefallen, mein Content gefällt, würde ich mich freuen über ein Abojouement, einen Kommentar und ein Like. Dann wünsche ich euch eine wunderschöne gute Nacht. Hier wird's auch grad dunkel. Einen guten Morgen. Dafür müsst ihr schlafen gehen. Oder einen guten Mittag, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das ist mir zu dunkel. Alles klar, dann speichern wir. Haben wir jetzt gespeichert? Ich hoffe. Geht noch mal drauf. Ja, achso, ja, wir sehen sich bald. Okay. Wollen wir noch einen Thumbnail machen. So, aber das ist ein bisschen zu dunkel. Wir gehen mal ganz gut schlafen. Mann. Du stehst mir hier im Wege. Es ist unglaublich. So. Gut, reicht. Abend war ein bisschen was. Alles klar. So würde ich sagen, ich speichere noch mal. Ich flüge die Hammers, die sehen schon sehr geil aus. Ich frage mich schon, wie die Rüstung... Ich frage mich, wie die Rüstung aussehen. Ich glaube, das ist auch die letzte Rüstung, die ich jetzt craften muss. Und dann... Auch der letzte Boss, dann sind es ja fünf, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das sind das fünf Bosse. Aber hier war ich halt noch nicht. Hier muss ich mich auch noch erkunden. Ich will wissen, was da hinten ist. Und was ist hier? Was ist denn die Ruine? Vielleicht ist es auch noch nicht der letzte, aber ich weiß es noch nicht. Wir werden es ja denn sehen. Wir werden morgen im nächsten Stream erstmal... Also im nächsten Aufnahmestream mit dem Spiel nicht heute... ...dann erstmal gucken, dass wir dann weiterkommen und an die neue Rüstung gehen. Genau. Das ist der Plan. Genau, hier hin will ich auch noch hin. Da habe ich noch hin. Ich habe noch mega viel zu suchen. Und ich bin schon sehr gespannt, wie es weitergeht. Alles klar.